Hallo Leute, ich bin der Genkiller und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video, endlich mal wieder, darf ich euch zu einem neuen Video begrüßen, denn es ist fast zwei Monate, ich glaube gestern am 13. waren es zwei Monate seit das letzte Video auf meinem Kanal gekommen ist, das lag unter anderem daran, dass ich einfach keine Zeit habe, denn die meisten von euch wissen ja, dass ich immer nur eine Woche im Monat aufnehmen kann und die ist letztes Mal darauf oder die letzten Male dabei draufgegangen, für meinen zweiten Kanal ein paar Trophäenvideos zu FIFA zu machen und deswegen hatte ich keine Zeit für diesen Kanal hier Videos zu machen. Ich hoffe mal, das wird sich in Zukunft irgendwann ändern, ich muss mal gucken, ob ich dafür eine Lösung finde, aber so viel zum dem Thema und in meinem, oder in dem Video möchte ich mal so ein bisschen über Battlefield reden und zwar möchte ich meinen Kanal jetzt so ein bisschen weg von CSGO, da ich es einfach nicht mehr zocke, sondern ich zocke nur noch Battlefield letzter Zeit und ich muss mal kurz das Gameplay, ich kann es jetzt live nicht leiser machen, okay, ich zocke halt kein CSGO mehr, weil es hat mir einfach keinen Spaß gemacht, zu viele Hacker, zu viele Smurfer, ich war auch zu schlecht da drin gewesen, habe nicht so den Fortschritt, gesehen, es hat mir halt nicht so viel Spaß gemacht und Battlefield macht mir momentan ziemlich viel Spaß, ich bin es auch richtig am Sucht, ja was heißt am Sucht, ich zocke es halt ziemlich viel, ich bin jetzt Level 50 glaube ich, in der freien Zeit abends nach der Arbeit zocke ich es halt ziemlich gerne, ich spiele am liebsten den Versorgungssoldaten, den habe ich schon auf Stufe 10 gespielt, die anderen habe ich alle auf Stufe 2 glaube ich muss man spielen, für die Gold Trophäe und ich muss sagen, die anderen gefallen mir jetzt nicht so, ähm, der Sniper, ja gut, da muss man wahrscheinlich erstmal, ähm, irgendwo auf einem Berg hocken oder so, das ist halt nicht so mein Gameplay-Style, sag ich jetzt mal, der Sniper, wobei die letzte Sniper, die man ab Level 10 freischaltet, das ist ja so eine One-Shot-Sniper, die soll ja ziemlich stark sein, ähm, wie ich gehört habe, ich wurde auch schon oft von ihr gekillt, und, ähm, ja ansonsten, der Sni gefällt, ja, was heißt gefällt mir nicht, ich hab dann eher so wie hier in dem Video, so, das ist mein Spielstil, einfach, sag ich jetzt mal, ähm, ein bisschen reinwaschen, ein bisschen schneller drauf machen und dass die Waffen auch ein bisschen Schaden machen und dann eine höhere Feuerrate haben, deswegen gefällt mir der, ähm, Versorgungssoldat ist es glaube ich, den ich hier spiele, ähm, auch ziemlich gut, weil mir die Waffen von dem irgendwie am besten gefallen und, ähm, der, ich weiß gerade nicht wie die Klasse heißt, ist, äh, Sturmsoldat glaube ich, der, äh, Anti-Tank-Typ auf jeden Fall, ähm, der hat mit den Schrotflinten und den MGs, ähm, auch eine ziemlich geile Waffen, also das sind so meine zwei Lieblingsklassen und, ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr auch mal so ein bisschen Videos, äh, zu machen, so, zu den einzelnen Klassen, welche Waffen mir gefallen, welche, äh, Settings ich jetzt mal spiele, sag ich jetzt mal, im Sinne von, äh, Munitionskit und Anti-Panzermine oder was heißt, was ich halt immer für Gadgets mitnehme, ähm, und wie ich, äh, die Klassen halt immer so spiele, kann ich gerne, wenn ihr wollt, ein paar Videos dazu machen, ansonsten habe ich mir überlegt, wie ja am Anfang schon gesagt, meinen, äh, Kanal so ein bisschen auf, ähm, Battlefield umzustellen, ich bin auch am überlegen, ob ich, ähm, ab und zu so Gameplays Video, Gameplay Videos hochladen soll, denn, ähm, da ich ja ziemlich viel zockt, habe ich auch, ähm, ziemlich oft paar gute Runden dabei, und, ähm, einfach nur so, die Gameplays an sich hochladen, weiß nicht, bin ich eigentlich nicht so ein Fan von, aber wenn ihr wollt, kann ich das trotzdem mal machen, dass ihr mal so ein bisschen, ähm, seht, wie ich halt, äh, Battlefield spiele und, ähm, euch eventuell mal so die ein oder anderen, sag ich jetzt mal, Taktiken abgucken könnt, oder Laufwege abgucken könnt, ähm, denn ich wollte auch mal ein bisschen so ein Video machen zu den Laufwegen, denn ich sehe immer wieder, dass Leute jetzt einfach stur auf den, ähm, auf C jetzt zum Beispiel drauf freuen, während ich hier halt immer warte, um die Ecke schnell gucke, ob da keine Gegner kommen, und, ähm, ja, so ein bisschen Taktiken mache, wie ich, ähm, Battlefield spiele und ein paar Versuche, euch ein paar Tipps zu geben, ansonsten muss ich sagen, das Spiel macht mir sehr, sehr viel Spaß, ähm, was ein bisschen nervt, sind die Bugs, zum Beispiel mit den Medaillen, dass man zum Teil noch, ähm, Medaillen von der letzten Woche kriegt, oder so, sogar, ähm, Medaillen von vor zwei oder drei Wochen, die man dann schon alle erledigt hat, und dann kann man keine Medaillen machen, was am meisten stört, ist natürlich sowas wie, keine Ahnung, Zeck, äh, mit dieser, ich fährt grad nicht, Berfnacht, oder wie man das ausspricht, diese Loser-Streak, ähm, muss man fünf Fahrzeuge zerstören, ich hab's geschafft, ja, und auf einmal hatte ich die Medaillen im Spiel nicht mehr ausgewählt und, äh, hatte gar keine Medaille ausgewählt und ich konnte nur die Medaillen auswählen, ähm, die ich alle schon geschafft hab, das hat mich dann ein bisschen aufgeregt, ähm, das stört so ein bisschen mit den Medaillen dann, dass, ähm, ich hab ab und zu halt so Nachlade-Bug, ich lade nach und, ähm, hab dann aber gar nicht nachgeladen, auf einmal hab ich immer nur noch einen Schuss irgendwie im Magazin oder, ähm, wenn ich wiederbelebt werde, kann ich gar nicht schießen, meine Waffe hält der irgendwo ganz komisch und, ähm, ja, das sind so ein paar kleine Bugs, die mich noch ein bisschen stören, ähm, jetzt aber soll ja eh irgendwann mal ein Patch rauskommen, wo die, ähm, eigene Server, glaub ich, hinzufügen wollen, so Hardcore-Server, ähm, dann diese neue, ähm, Spielmodus, wo ich jetzt mitbekommen, so viel, wie ich jetzt mitbekommen hab, soll das so eine Art Team-Death-Match sein, aber auch, ähm, in Hardcore-Style, heißt keine, äh, ich glaub, keine Minimap, man kann Team-Beschuss ist an und sowas und, ähm, man sieht halt nichts, weil die ganze Karte voller Nebel ist, das heißt, man muss sich immer vorher überlegen, schieß ich jetzt auf den oder nicht, weil man könnte ja ein Team-Mate killen und, ähm, ich weiß nicht, ob die das jetzt irgendwie so eine Strafe einfügen, also, es gibt wahrscheinlich eine Strafe so, dass, wenn man ein Team-Mate killt, kriegt man irgendwie einen Kill abgezogen und ein paar Minuspunkte, aber ich weiß nicht, ob die auch für so Leute, die einfach auf alle schießen, sowas einführen, wie, du hast jetzt drei Team-Lates gekillt, du wirst jetzt vom Server gebannt, irgendwie sowas in der Art, ob sowas geben wird, sowas wie bei CSGO, du hast jetzt zu viel Team-Schaden hinzugefügt, ähm, du wirst vom Server oder vom Spiel gebannt, bin ich mal gespannt, ob die sowas einführen werden und ansonsten, ähm, hab ich mir auch jetzt für die Zukunft überlegt, sowas wie bei CSGO diese Quick-Tipps-Tutorials zu machen, zum Beispiel, wo ich euch ein bisschen zeige, wie ich jetzt meine Minimap eingestellt hab, die sieht man jetzt, die ist ja ein bisschen größer als normalerweise, dann, ähm, ja, hab ich mir überlegt, dazu halt ein paar Videos zu machen, also sprich Minimap, dann mein Feld of You, welche Empfindlichkeit ich spiele und, ähm, zu solchen Sachen hab ich mir halt überlegt, so Tutorials zu machen, also ich wollte jetzt relativ viel in Richtung Battlefield geben, ich hab mir auch schon, ähm, Premium gekauft, bringt, glaub ich, momentan eh noch nicht so viel, ähm, aber das Spiel macht mir einfach so viel Spaß, so, dass ich, ähm, immer schön über alles informiert sein will und auch gerne darüber ein paar Videos machen will, ich hoffe mal, das wird den meisten Leuten von euch gefallen, denn, ähm, das ist eigentlich so ein Battlefield, was meiner Meinung nach endlich mal an Battlefield 3 rankommt, denn Battlefield 3 war so mit, eigentlich mein Lieblingsspiel, was ich bis jetzt gespielt hab, ich hab's ja damals ziemlich viel auf PS3 gespielt, ich hab ja auch damals ziemlich viel, äh, was heißt ziemlich viel, ähm, einiges auf YouTube gemacht und bin der Meinung nach, dass ich damals auch viele Abonnenten gewonnen hab, da viele Leute von damals halt, hoffe ich mal, immer noch auf meinem Kanal sind und, ähm, gerne ein paar mehr Battlefield-Videos auf meinem Kanal sehen wollen, hoffe ich, dass mit Battlefield 1-Videos wieder ein paar mehr Views gewinnen kann und euch auch ein paar Tipps und Tricks zeigen kann und so, dass ihr auch ein bisschen besser sein werdet, ihr im Hintergrund habt ihr gesehen oder seht ihr gerade, wir haben gewonnen, 100 zu 33, ich glaube, ich hatte in der KD von 9, irgendwie 18 zu 2 oder so, war eigentlich eine ziemlich gute Runde, ich hab eigentlich nur für Herrschaft gespielt, äh, zum Aufwärmen, ich spiel halt immer gerne so 3, 4 Runden, ähm, Vorherschaft zum Aufwärmen, um so ein bisschen so die Finger warm zu kriegen für Empfindlichkeit und alles und danach zeige ich halt ein paar, äh, Runden Eroberung und, ähm, ja, ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen, es wird jetzt wahrscheinlich die nächsten Tage immer wieder ein Video kommen, ich würde auch so ein kleines Battlepack-Opening machen, ich hab jetzt irgendwie 8 Stück, sobald ich 10 Stück hab, werde ich sie alle aufmachen und, äh, dabei filmen und dann bedanke ich mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zusehen, hier seht ihr noch das Battlepack, was ich gerade öffne, ich hoffe mal, ich hab nicht zu viel durcheinander geredet und wir sehen uns im nächsten Video, Ciao!